Willkommen zu einem neuen Video und dieses Mal ist es wie, man kann sagen, wie WWE, 2K, äh, was auch immer, erster Eindruck, nur dieses Mal ist es in FIFA. Oh, der hat mich schon wieder weg. So, ja, es ist wie in FIFA. Also es ist wie in WWE, nur halt jetzt in FIFA-Form. Geil. Und ich hab noch nichts, also ich bin, ich hab nur das Spiel in Schlipp, bin ich jetzt kurz reingegangen, hab ich gesehen, dass die Kacke hier anfängt, dann hab ich gedacht, passt raus. Und wie der halbmal, äh, geil. Und wie das auch beim 20er schon mal war. Wie schaut Neymalia aus, what the fuck. Äh, ganz kurz, Einstellungen mäßig, die Kommentar nerven gar nicht viel. Gar nicht. Kann man die hier ausstellen, das wäre echt geil, gleich mal hier kurz so, so, Audio mäßig. Kommentatoren, ja, geht davon gar nicht hier. Also, Komplett geht davon gar nicht hier mal. Stadion ist schön, so, passt. Äh, yay. So, äh, Trainermäßig. Also, so ist eine e-gerechte, das Menü. Finde ich schon mal gut. Trainer ist aus, ich bin nicht. Oh Gott, ich hab Angst, hier bin ich ja mal PSG. Für PSG, okay. So, erste Mal in... 421, gar kein Bock. So, Steuerwohn mäßig ist schon mal, logischerweise gleich, weil was wollen Sie da ändern? Okay, bin mal gespannt, wie nachher die, 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 die Freistöße und die, 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 die Schüsse selber sind. I don't know. Und das Problem ist halt auch, ich bin nicht der Fan von, äh, äh, Computergänger. Ich bin eher der Online-Fan. Das sieht schon mal gut aus, das sieht schon mal gut aus, das sieht schon mal gut aus. Das sieht schon mal so nach einem fucking Tor aus. Ich weiß nicht, wie das gerade reingegangen ist, aber der Winkel war da. Kein Plan. Und ich schätze mal, die Schwierigkeit gerade jetzt auch auf normal, schätze ich mal. Ich weiß nicht, wie das gerade reingehen wird. Wie geht das? Also so sehe ich jetzt noch keinen großen Unternoll. Kein großer Unterschied zum anderen, außer die Grafik und ein bisschen haben sich die, 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 die Charakter geändert. So wie in M.A. sieht, was weiß ich wie aus. In B.B. ist ein bisschen, weiß ich nicht, die Chaos, ne. Besser gebaut, kann man sagen. Das war ein Faul. Okay, die Faul-Themen haben wir da, 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 da hab ich ja davor Bock. Okay, okay, schön. Gut, okay, von der Steuerhundheit hat sich nicht viel, also wirklich, eigentlich gar nicht vom Gameplay-mäßig geändert. Finde ich ja eh sehr gut. Oh, du Sau. Oh, jetzt! Schieß. Er macht doch da oben. Ja, natürlich. Salah, oh Gott. Oh Gott. Hä? Gefällt mir nicht! Weg. Ist jetzt. Obseits! Ah, nee, glaub ich war dat. Tut mir voll nicht leid. War das ein Fehler? Ne. Pfff. Das wird ein Fehler sein können! Weg, 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 weg. So. Warte mal. Ey, pass. Du Idiot! Oh Gott. Ich liebe es schon wieder. Was ist jetzt? Oh, die trickst mich aus, die Schweine. Was ist jetzt? Ja. Mal. 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 so sein will für die Typen. Ja, flankt doch. Wie ist das? So. Das ist nicht dein Ernst. Nein! Das ist mir wieder alles viel zu eng hier. Ja, okay. Pass. Ich weiß, dass du vielleicht vorhast. Was hat denn diese scheiß Flanken hier? Gar kein Bock. Alter. Ja, eins zu fucking eins. Okay. Der ging jetzt aber auch relativ sehr viel ab, mein Tor. Alla, ich fände mir gar nicht. Ich weiß auch nicht, muss ich das Spiel eigentlich gewinnen oder das ist egal? Weil es ist ja eigentlich theoretisch nur so warm-up, damit man mal weiß, wie die Scheiße so läuft. Also theoretisch, es läuft irgendwie gleich wie beim 20er, aber so. Also so großen Unterschied sehe ich jetzt noch nicht, wie gesagt. Jetzt spielt er mich faul oder warte, ich glaube, es geht los. Lauf! Alter, der Stank, das war echt sehr wenig Power, also. Ich weiß doch nicht, wo. Okay. Keine Gurke ist da. I love it. Alter! Okay, so Flanken kannst du mal kriegen bei mir. Jetzt will der hier durchlaufen und und guet der oder wie auch immer der Typ heißt, kommt halt nicht nach. Der kommt halt nicht nach, aber du für den langsame Sau, Alter. Psycho. Och, Gott. Ich faul ihn, ich flieg selber hin. Geil. Die sind wieder viel zu viel bei meiner Seite, das gefällt mir gar nicht. Vorwart. Ich weiß doch nicht, wohin. Ich weiß doch nicht, wohin. Weil irgendwie alles zu ist. Wird alles zu, meine Fisch. Alles zu. Alter! Move jetzt! Er braucht auch drei Jahre zu passen. Was? Hau ab! Sicher. Erstmal schön geblockt und allett. Mann. Warum war das klar? Warum war das jetzt klar? Alter! Das kannst du knicken! Die Dutz geht mir aber echt auf den Keks. Move jetzt, du verdammter Neymar. Neymar. Mbappé, Alter. Eindeutige Torchance. Eindeutige Torchance, aber ich wusste nicht, wie weit er jetzt den Scheißball vorlegt. Ja, super. I love it. Das war eindeutige Torchance. Matamir! Oh! Hä? Muss keiner verstehen. Du ich auch eigentlich nicht. Tu die... Was? Ist ja meiner, ist ja meiner, ist ja meiner, ist ja meiner. Ich werde Banane! Ja, der läuft dir dann nicht vor. Because Upsets for the win. Ich habe keine Ahnung, ob die meisten so. Du kannst so laufmäßig und flanken kannst du knicken. Du musst wirklich, ich glaube, stehen bleiben und dann flanken. Weil sonst kriegt er dich instant. Oh, schade. Oh, schade. Was? Ich habe den bekommen. Das ist ja 1-1, ich freue mich. Ich würde echt gerne wissen, was das ist, aber auf normal oder so wahrscheinlich. Okay, das Design, das gefällt mir schon mal nicht, wie das hier aussieht. Alter. Das wird fast gar nicht. Mit Schüsse aufs Tor habe ich ein weniger. Ja, okay, also er ging ja, der Dude ging ja ohne Ende auf ein Tor. Am Anfang so. Aber jetzt habe ich keinen Anschluss, weil wir wissen alle, dass ich allergisch auf Anschluss bin. Das ist meine große Schwachstelle. So, komm. Äh, jetzt. Wir haben wieder das gleiche Thema, dass die Wichser nicht zugehen. Alles klar. Er blockt mich komplett, dass ich gar keine Chance habe zum Tal. Super duper. Jetzt geht der f***er hier. Ich habe Banane. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wohin. Kein Absatz. EIS OOB! Ich hätte passen sollen, ich hätte passen sollen, ich wusste nicht, wohin. NUTTE! Judas! Komm, 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 komm. Was? Oh Gott. Der kriegt dann, der kriegt ja nicht. Ist jetzt wieder er wechselt? Oh Jesus! Oh Jesus! Jesus, Maria und Josef, oh Gott! Oh Gott, weg! Wow, 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 wow. Ich sehe nicht! Ich muss anders, ich muss anders! Ich muss so. da ist er doch da ist er doch das zweite da ist das zweite der zweite aber mir kommt echt vor mir kommt echt vor dass die mit den pisten also bis sie das machen und bis man das drückt und bis sie das machen dann um die 1-2 sekunden mindestens vergehen da bist du bescheuert schön was schön was guter mann immer guter mann so kann man das bild jetzt halten also irgendwie weiß ich nicht 2 zu 1 bleiben 3 zu 1 machen das wäre echt nice dann jetzt vor ich mich verarschen computer gehen mit mich verarschen fuck komm du sau du elendiges mistkackhaufen sau fiech ey ure was macht er jetzt passt der zurück weil das eigentlich meine taktik immer ist weißt du wage es die flange zu machen wage es wage es holy that was close that was close aber zum Glück war's nix holy fucking foley so friends… nochmal angriff von hier finde ich gut acho komm 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 choiro komikatti ich muss schießen ich hab sonst scheiße ich konnte nicht mal weil du ist nie wirklich schlecht gelaufen am passen konnte ich auch nicht mein gott wäre ja das schöne ecke zu holzen bei anderen spiel habe ich habe am 20er Eine einzige Ecke gegeben was reingepallert Immer nach der Karriere, so theoretisch Einmal Das war so, das war so, oh Alter, ey war Ey war, ey war Torwart, mach mich nicht nackt Mach mich nicht nackt Ich hab nichts gefault, wenn dann er Er wollte ja auch Die sind wie Kletten, wie Zecken Wie was auch immer Da wollte ich nicht hin, da wollte ich nicht hin Ich wollte in der Mitte Fuck, 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 fuck What the fuck? Hä? Was macht der Mensch? Ja, Computer, keine Ahnung Ich kann mich halt auch nicht zuhören zu gehen Because Elfer und so Alles klar, Balei Hau ab, oh Gott Was machst du? Du Stück Amphibische Du Stück Amphibische Das ist nicht sein Ernst Ich kann das mal machen Recht nice Aber da sind aber auch Kletten hier Da sind Kletten bis zum Geht nicht mehr Da bist du echt bescheuert Einer Ohrhäler Move jetzt Alles klar Das war Glück Das war irgendeine Art und Weise Glück Und ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Wie das gegangen ist Frag mich nicht Ich dachte schon, der Stand war jetzt komplett für Popo Weil er zu weit geht und der Torwart in dem Nö Der B hat 3, Alter 2 2 Tore So, wartet jetzt endlich Fack ich 5 Minuten noch Plus Nachspielzeit Gar kein Bock Du kannst mich mal weg Du kannst mich mal weg 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 Gar kein Fall Ich hasse das Ding an mir zu spielen Ich kaste das, weil ich nicht weiß wie der Wie der spielt Das ist jetzt Problem Das ist jetzt Problem Ja, was ist es? Du Kanalie Du elendige Ja, siehst du Obwohl es vielleicht auch scheiße ist Weil in der Ecke habe ich eh Angst Dass du reinholst In der Ecke Genau deswegen Oh Gott Weg jetzt Wieder Ecke 올라 wie jetzt nochmal 卵 es schön ich glaube ich konnte machen würde schön weg ist seine mission ist mir egal das ist der angekommen super was machst du Junge es ist vorbei ich habe der erste FIFA 21 Match gewonnen was will ich mehr Alter Schwede und jetzt seht Inge Weltmeister was auch immer keine Ahnung Huch und Mb mit dem 2er Pack ja passt er Mb ist jetzt sowieso dieses Jahr hier auf der Hülle Kann man her zeigen oder dass irgendwas da ist? Ne da Mb ist auf der Hülle sieht man es ja Ok sehr gut ja freut euch interessiert mich nicht Passt So wie sieht jetzt das Menü aus und was auch immer So lange der erste Eindruck beenden Huch Vollversion starten Skobel ist das Spiel im Unlead Mode Ja ne ist logisch will ich ja auch du Affen Arsch Das war auch mein Plan dass ich die Vollversion spiele du Held Ja das ist ja schön Ok Ich wende mal runter Wo irgendwas passt Danke Klassisch Das ist nur Scheiß Pups Ja ist in Ordnung Ist in Ordnung Ich kenne mich mit Ultimate Team nix aus Season Scheiße gibt es auch Gott Warte mal Vielen Dank dass du Fifa Du hast folgende Boni erhalten Startliga Danke dass du Fifa 20 gespielt hast Du beginnst Fifa 21 Saison in Wieso in ACHT Say WHAT Ne warte mal Ich check's nicht Ne warte mal Quatsch 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 Ich war Hä warte mal Ich war in Fifa 20 War ich ja in Liga 1 auch schon Jetzt bin ich in Liga 3 Das weiß ich Und hier steht aber Division 2 Ich bin in FIFA 20 Jetzt gar zu dem Zeitpunkt bin ich nicht in Liga 2 Saison Division 8 Das ist die Vision Das ist die Vision Das ist die Vision echt Liga Liga 8 ne bitte nicht Der Fifa 20 wird der Rampo Kategorie Und auch der historische Hassligste Ich bin jetzt nicht Liga 8 Ich bin jetzt nicht Liga 8 Ich bin jetzt nicht Liga 8 Schön Ich kann aber bei der Wörterstöp hast Erhältst du einen Bonus Inhalt am 6. Oktober für die Champions Hab ich nicht Und am 9. Oktober für die Standard Ja ok Wenn ich wieder mit der Edition bis 14. August Hab ich nicht Ich bin wenn er das spielt Lalalalalalalalalalalalalalala Schön Ähm Wollte haben wir auch wieder Ok nice Gefällt mir schonmal Wollte war geil Ähm Spielen Ultimate Team interessiert mich nicht Weil ich Ich kenn die ganzen Dudes nicht so wirklich Ähm Ähm Wo ist Online Season 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 5 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 6 6 5 Gott sei Dank. Äh, ja, das Ding. So, passt. Ah, ich glaube, diese Pfeile, die bedeut... Ja, das ist mir... Ich bin nicht so mit Strategien. Äh, genau. Die Pfeile, die heißen, dass Neymar irgendwie noch besser geworden ist hier in dem Spiel. Okay, 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 okay. Sarabia, oder? Äh, gut. Was will ich mit dem Ausfluss? Was will ich mit dem Typen, mit dem Kalim? Hast du nicht gesehen. Ja, oh doch, die Maria, warte mal. Die Maria, Rico, du kommst wie sowas. Von dem Tauber baue ich gar nicht, ich brauche einen guten Tauber. Und Navas ist, äh, relativ gut. Mir gefällt die Farbe irgendwie voll geil von dem Menü. Das ist, du kommt lau, das gefällt mir richtig gut. Fällt mir, er fällt mir gerade auf und beim folgenden Menü auch. Geiler Scheiß. Ähm, Draxler ist so. Blablabla. Schön. Ich brauche irgendeinen besseren Linksverdruck, weil das ist nicht der Tauber mit dem Typen. Kann ich hier von euch jemanden links, 78? Okay, noch irgendeiner links? Hat wer Bock auf links? Links, nein, 80. Damit kann ich schon eher leben. Okay, Kollege, ich habe gerade hier. Wie ihr wisst, ich schaue immer nur auf die Punkte. Ich weiß nicht wirklich, wer der, der Dude ist. Ich kenne die. Ich kenne 95% der Spieler kenne ich gar nicht. Also von überhaupt dem ganzen Game. Äh, blablabla. Ist das in Ordnung? Das ist auch in Ordnung. Draxler. Der Dude, warte mal. Äh, Draxler. Keine Ahnung, ob ich den irgendwie als... Ja, komm, ich warte dazu. Bam, bam, oh bam. Wenn der Draxler Schglichkeit macht, dann kommt bald Guel. Guel, irgendwas rein. Gut, äh, ZM. Was ist ZM? ZM ist der, äh, das ist in Ordnung. Ich glaube, ich habe es. Ah, doch, die Maria, warte mal. Die Maria, äh, lalalalalala. Wtf, deswegen kenne ich den Typen nicht, weil da jemand die Maria ist. So rum, deswegen. Okay, passt, ich glaube, ich habe es. Let's go! Man guckt glaube ich von Finn Geht schon, aber Maybe Who knows Komm schon 5000 Dollar Wird wohl in League 8 sein Was ist da? Marsilicora hast du nicht gesehen What? Okay so das Training ist auch irgendwie noch alles gleich Also bis jetzt eigentlich erkenne ich nicht wie viel Unterschied ist Bis auf ein bisschen bessere Grafik Und die Models sind ein bisschen besser Also so Neymar, bisschen älter und was auch immer Eber B Aber sonst eigentlich noch nicht wirklich viel Und halt die Grafik vom Menü selber halt dieses Dunkelblau Was ich ewig geil finde Aber so ist eigentlich alles relativ normal Aber es gibt ja auch noch 3 Milliarden Upgrades also von daher Super Liverpool! Ah Gar kein Bock Entschuldigung Marsoliniro Was? Was? So warte Jetzt rückst du erstmal runter hier Ich bin mal gespannt Und der schon mal klarkommt auf die Schlager Obwohl sie eigentlich eh relativ normal ist wie immer halt Aber ja Wuff Wuff Berat Er passt rein und easy Das war mir klar Hätte ich genau so gemacht Hätte ich genau so gemacht Alles frei ja easy und dann BAM Ich wollte mich noch ja Aber Ich wollte mich noch reindingsen In den Schuss aber hat nicht geklappt Aber Aber easy going Ich verliere das erste Spiel eh Ich sehe sie kommen Achso Achso ist recht Warte Ja Ja Genau sowas geplant Genau sowas geplant Genau sowas geplant Dass ich ihn schön Nimm BAM Turn around baby Und dann Hau ihn rein Hey ich wollte anschauen die Scheiße Warum Davine da anschaut du Schwein Egal Ich bin nicht so scheiße Kollege Wie du vielleicht denkst Ich war Liga 1 du Arschgeburt I don't know Ja Jawoll BAM 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 So muss das laufen Warum überspringt die Scheiße Hä Ich will doch mein Ding anschauen Was soll die Scheiße Warum überspringt der die ganze Zeit Die Kacke Keine Ahnung Aber kann mein Gegner das überspringen Oder mit Versteh ich ihn ganz falsch Hä Das war nix Wenn er so schnell lauft Was krieg ich dafür Schwein 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 in der Nase Du schießt jetzt nicht direkt Du kannst mich jetzt am Arsch lecken Dass du ihn direkt siehst Du passt Du nicht passt Halleluja Ich schwä- ich wette Er wäre umgeflogen Es wäre safe am Elfer Ich wette Tu ihn weg Ja äh Er I don't know Scheiße wo geht der hin Was Das wäre schön gewesen. Halleluja! Ah! Abseits war's auch. Es war alles wahr. Nee gar nicht. Ich hab's gar nicht hinsen. Ich hab's gar nicht. Oh-oh-oh-oh-ho-oh-oh-oh! HAAH! Oh, es ist erfolgreich. Oh, es ist ganz schlecht. worden bir Kon Anyways querveiro. Schieß doch! Schieß ihn ruhig, du Ofen-Arsch! Kurva! Alter, ich hatte ihn und alles war frei und er passt nicht. Das war ein Foul. Das war einfach ein Foul. Was keinen Sinn ergibt. Gelbe, willst du mich verarschen? Wieso? Ich hab den Ball berührt. Was kann ich dafür, wenn der umfliegt? Das ist wieder die gleiche Logik wie man 20er. Das ist die gleiche fucking Logik. Oh Gott. Ich will ja nichts sagen, aber hau weg die Scheiße, danke. What? Torwart! Nimm ihn, Mann! Braucht Jahre, dass er den fucking Ball nimmt. Ich bin eigentlich nicht der Fan von oben immer, aber wenn sonst nichts frei ist, was soll ich machen? Es funktioniert mit der andere, was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Wie soll er schlägt er das ganze Zeit? Das darf ein bisschen, aber egal. Das funktioniert, wie kann das funktionieren? Frag ich mich. Wie? Das Ding ist halt nur die erste Hubsadast. Ich will zwar zwei Tore, aber das ist das, die erste Hubsadast. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay, den kickt er aber, den kickt er aber, den kickt er aber. Den kriegt er leider. Aber auch ganz knapp. Es war so klar. Es war so klar, dass es das macht. Heiliger und verdammter Scheissdreck nochmal Schön wohl 4 2 1 du Hure BAM bbjam g breathtaking ihr erstes FANKIN Spiel Terri wMusik mehr ach schöner Ofen schöner Ofen ich bin dein Liga 7 ich seh jetzt perfekt ich bin dein Liga 7 Oh, schöne Scheiße. Ha! Okay. Halbeschlung am Abend. Gut. Ich denke, das war's. Ich werde wahrscheinlich diesen Volta-Gedön-Timer werde ich aber nicht... Let's play-mäßig, das ist einfach nur so ein Ding für mich, schätze ich mal. Von dieser Liga-Kacke hier wird's höchstwahrscheinlich mehr Parts geben. Und das war jetzt sowieso einfach nur das Video für den ersten Eindruck. Und vielleicht mache ich das auch beim nächsten Mal wieder. Weil beim... Nächstes Jahr, wenn WWE 2K rauskommt, dann gibt's ja schon... Logischweise von dem wieder den ersten Eindruck. Vom nächsten FIFA gehen könnte es auch so, dass es einen ersten Eindruck wieder gibt. Und ja. Mal gucken. Okay. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder. So Fazit-mäßig, ich finde das Design geil. So direkt-mäßig hat sich irgendwie nicht viel geändert, kommt mir vor. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir noch 1000 Updates. Ähm... Und noch wollte ich irgendwas sagen. Genau. Es fühlt sich irgendwie realistischer an. Dass man den Bayern nicht so unter Kontrolle hat ab und zu, aber irgendwie doch. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Aber ja. Kaufdeutat-Game. Lohnt sich. Aufregung wird natürlich auch noch kommen. Weil sie jetzt schon bei Liga 8 ist halt Liga 8 und Liga 8. Das sind halt nicht die Besten der Besten. Aber man hat gemerkt. 4 zu 1 und easy Gründen. Schau. Und ja. Verstehe nicht genau, warum ich jetzt in Liga 8 wieder bin, wenn ich in Liga 3 bin eigentlich. In FIFA 20. Ich dachte, das überträgt sich doch irgendwie so. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Aber ja. Ich werde mich schon wieder in Liga... Bis Liga 4 oder 3 abarbeiten. Hoffentlich schaffe ich es. Hoffentlich schaffe ich es. Gut. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns wieder. Und bis zum nächsten Let's Play. Bis zum nächsten Online Part. Bis zum nächsten Hast Du Dich Gesehen. Also. Wir hören uns. Bis dann.